Es macht eigentlich recht Spaß, ne? Ja, ist eigentlich ganz cool. Da hatte ich jetzt 50 Folgen Sky Wars hoch. Ich spiele jetzt auch jeden Tag alleine immer, um es besser zu werden. Ich spiele so lange, bis ich Level 75 bin. Ich mache mit. Vor allem, wir kriegen nicht mal IP, weil wir keine umgebracht haben, ne? Aber dadurch wird man ja besser. Ja, ich weiß. Von der an, von der an, der an. Ja. Obwohl ich immer auch scheiße bin auf der Xbox, weil ich das nie richtig gespielt habe. Ja, das ist das beste Minecraft-Duo. Ja, auf jeden Fall. Ich sag's dir. Keine wird besser als wir beide. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt doch mal ein Zauberbuch. Jetzt gönn doch mal. Der wird kein Zauberbuch geben. Sag mal lieber dazu was. Schütz sicher. Guck mal, was ich dir schenke. Cool, ich kann mich schneller machen. Ich hab doch schon eine Rüstung an, was soll ich mit noch rechnen? Hallo? Och nee. Ich hab immer so einen beschissenen Bücher. Was denn? Ich hatte gerade so ein Buch. Du kannst doch vorher gucken, was das Buch kann. Hab ich ja, da schankt nichts, weil ich nicht lesen kann. Dann sag doch was, dann sag doch, wie das Buch heißt, dann sag ich dir, was das Buch heißt. Buch! Nein, die haben alle Namen. Dauer. Die haben alle Namen, die Bücher. Ich hab zum Beispiel gerade ein Buch, damit kann ich mich schneller machen. Das hab ich dir geschenkt. Nee, das hab ich ausgebotet, aber egal. Ich hab schon wieder ein Absorptionherz bekommen. Und noch eins. Also falls du mehr... Lassen wir hier rüber bauen. Also falls du mehr Leben haben willst, ne? Bau Redstone ab. Guck! Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt guck auch ein bisschen auf den Block. Ja, das sind so selbstabbauende Blöcke. Weg damit. Brauch ich nicht. Steht aber auch da. Ihr Blocket, dass wir safe break shortly after placement. Bei Lesen kann es klar ein Vorteil, aber du kannst ja kein Englisch, hast du ja schon gesagt. Ja. Ja, steht nämlich da. Ich war halt erst 50 Klasse, oder Herr? Ja. Aber diese Korallenblöcke soll es nämlich benutzen. Da steht halt, dass die nach kurzer Zeit sich selbst zerstören. Na? Danke. Boah. Bist du gepusht? Nein, ich bin schon wieder in so ein scheiß TNT gelaufen. Ach, das will ich zu dir rennen. Naja, ist gut. Ich bin jetzt in so ein scheiß TNT-Dings gelaufen. Da hatte wohl jemand kein Glück. Was ist das? Da war auch immer gerade anscheinend der TNT-Falle gelaufen. Guck mal, Nemo. Da kriegst du eigentlich immer ein Absorption-Herz. Kiss dich. Ich weiß nicht, ob wir Pech haben oder so. Oder wo die ganze Dia-Zeug haben. Das ist halt noch die Frage, haben wir entweder Pech oder gibt es irgendwo noch bessere Erze, also Quellen, wo es öfter bessere Erze gibt. Das glaube ich auch. Oder musst du dich halt wirklich runterbauen, dass du in Dia und so, den du gesehen hast, wirklich bekommst. Das kann sein, dass du dich wirklich durch den Stein bauen musst, um solche Sachen zu bekommen. Weil man ja bisher nur immer an der Oberfläche hat. Sonic! Ja, es gibt Sonic. Man kann Sonic auch als Map Pack kaufen. Diamanten und... Oha, wir haben einen übelst guten Start. Ja. Und Redstone ist auch gut, aber ich kriegst du extra liegen. Oh, nee, Junge. Brauchst du ein bisschen? Nö. Ich baue mir ja schon selber alles ab. Ich kann dir, ähm... Flamme 1, äh... Jetzt gehen. Was soll ich damit, äh, was soll ich mit einem Goldschwert? Flamme 1, damit kannst du die Gegner brennen lassen. Nein. Nee? Flamme ist eine Verzauberung für einen Bogen. Heck da mal mit. Du bräuchst Verbrennung auf einem Schwert, um sie leid gebeten, um aber sie brennen zu lassen. Achso. Ja. Ich bin nämlich weniger Kraftbau, ich weiß was. Ich kann dir, äh... einen Helm geben. Ja. Hab ich aber schon. Hättest du nicht mal was anderes ab? Guck dir mal meine Rüstung an! Äh, jetzt bin ich auch so ein Profi wie die... Ja, weil du die ganzen Dias abgebaut hast. Ja. Soll ich mal was anderes ab? Was ist das? Soll ich die Redstone abbauen, dachte ich, äh, berat' ich dir. Mach' ich. Ich baue mit Redstone. Ah, okay. Mit Redstone kann man bis zu fünf Extra-Hetzen bekommen. Die können mich jetzt keiner mehr bekommen. Toll, ja, hab' ich drei Dia-Helme, den Eisenschmitt? Äh, hab' ich schon. Was hast du denn nicht? Ja, ich baue selber genauso wie du die ganze Zeit ab. Aber dann hast du dich nicht verzaubert! Ja, und ich bin in deiner Sprengfalle. Aua. Ich muss wieder neue Redstone abbauen, meine ganzen Extra-Hetzen. Hier ist noch Redstone für dich. Kommen wir nicht beide? Nein. Fack, man kann bis zu fünf nämlich haben. Die hab' ich gerade durch die ganze TNT wieder verloren. Ich glaube, ich baue jetzt einfach kein Gold mehr ab. Ohne fliehen zu können. Na? Ah. Für Blöcke haben wir beide noch nicht. Du musst Eisen abbauen für Blöcke. Nee, ich mach' hier Kisten-Blöcke oder so. Was so... Wenn du mit dem Bauglöcke brauchst, musst du, glaube ich, ja. Eisen abbauen. Ja. Du kriegst auch Pfeile von Eisen, hat Blöcke und Pfeile. Wir sind seit neuestem auch in Batwars. Ja. Wir sind die krassesten Batwars-Spieler, was denkst du denn? Ja. Ich baue jetzt kein Gold mehr ab, ne? Das bringt mir eh nichts, was ich brauche. Ich seh schon, er stimmt am Gold. Ja, an den TNT halt. Weil Gold bringt mir eh nichts, was ich gerade brauche. Ne? Ich baue mich weg. Ein Zauberbuch für dich. Vielleicht nächstes Mal. Ich baue mich weg. Ja, ich baue mich in die Tiefe, ne? Cool. Hab'n... 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 Hab'n fast wieder meine 5 Ex-Star-Herzen. Ich seh' schon, am Ende fall' ich einfach von der Insel, weil ich mich ganz runtergebaut hab'. Ja, das ist es einfach. Vor allem, ich sag' es, ne? Und es passiert. Nein. Ich hab' mich gerettet, aber genau in dem Moment, wo ich's gesagt hab', baue ich'n Block ab und da unten ist einfach nichts. Zum Glück hab' ich ganz schnell mich auf dem daneben gerettet. Ich muss nach oben. Ja. Ich muss ganz schnell nach oben. Waren, dich mal saugen. Bin er höher? Ja. Aber... Ich bin ja scheiß höher. Und bau doch den scheiß Block ab. Mann! Ja, wegen der scheiß höher. Ja, aber du warst doch eigentlich nur i-Block. Ja, aber man darf nicht mehr unter der Map sein, wenn das kommt. Ups, jetzt hab' ich erst mal eine neue Runde gemacht. Oh, das ist gut.